Ja Leute, was geht? Hi! Ähm, ich wollte mich ganz kurz mal persönlich kurz melden, weil ich dachte, ja komm, möge ich dich mal ganz kurz persönlich, äh, wie ihr siehört, geht's mir gerade ein bisschen besser. Gerade, also eben vor einer Stunde ging's ja wie ein Zombie. Äh, vor einer Stunde war ich ein Zombie, jetzt bin ich ein halber Zombie, äh, vielleicht hab ich mich bei Lord Zertler angesteckt. Und er hat dann mit dem Parasit in die, in die Schuhe geschoben, oder mir eingepflanzt, wie hier, wie heißt sie denn, Ashley? Ähm, nee, mal Spaß bei der Stunde. Bisschen Spießig kann ich wieder machen, yay, das ist schon mal was Positives. Ähm, kurze, kurze Info, äh, warum keine Videos kommen, ich bin halt krank und ich wollte Daten bekommen, nicht nur schriftlich melden, man kann sich kurz auch mal im Video äußern. Aber ich bin halt weiter krank und werde jetzt vom, ja, von heute, den 10. bis zum 17. einfach sagen, oder bis zum 16. Bis zum 16, sorry. Bis zum 16 werde ich einfach einen alternativ, äh, ja, Videoplan anbieten. Vielleicht spiele ich nachher auch wieder, ich hab jetzt voll Bock irgendwie was aufzunehmen. Äh, muss ich mal gucken, also, gerade geht's wieder? Oder wenn, naja, wenn morgen besser ist, ne, dann... Dann nehm ich halt morgen auf, ja, also, äh, so, ne, also, oder mach Videos, weil ich hab ein bisschen Star Wars, ich konnte das nicht hochladen. Also, ich konnte das nicht hochladen vom Polack. Also, mir ging zu, äh, ich wollte das hochladen, so, ich so, äh, ich hab zwar so langsam, dass dann irgendwie ein YouTube wieder laufen lassen, und war so wie so ein halber Zombie. Und, ja, äh, damit ihr Bescheid wisst, äh, ja, wann es wieder weitergeht. Mal schauen, ähm, vielleicht bin ich auch schneller wieder unterwegs, also, wenn es jetzt so bleibt, aber meistens ist meine Erkennung ja immer so, und so auf den Abs. Wenn das aber jetzt so bleibt, dann, äh, dann, äh, würde ich sagen, sehen wir uns dann bald wieder hoffentlich, und nicht wundern, dass ich bei Assassin's Creed und dann noch nicht, Assassin's Creed hab ich einmal aufgenommen. Und, und, äh, ich hab einmal jetzt jetzt einen Creed aufgenommen, und, äh, Star Wars, da war ich auch nicht erkältet, bei Star Wars eh nicht, weil jetzt in den Creed war ich schon so ein bisschen erkältet. Aber ich hab auch wieder Bock, weiterzumachen, ne, ich will jetzt eigentlich, ich wollte eigentlich, weil ich bin ja jetzt ja raus bei Resident Evil, und, also, auch aus diesem Fahrstuhlschacht da. Und ich hab schon Bock, aber, äh, wenn ich da rumrotze und so, das ist gar kein Sinn. Aber wenn es jetzt so bleibt, und ich nur eine verschlupfte Nase hab, äh, dann, dann geht das ja. Deswegen, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, und ich hoffe, auf schöne Genesung, und dass ich morgen wieder so ein bisschen Videos bringe, wirklich, äh, wenn es da muss und so. Star Wars vielleicht morgen, dann sehen wir mal wieder. Äh, äh, ja, vielleicht morgen wieder Star Wars, und dann, äh, läuft's ja wieder, oder? Ja, okay, kann grad ein bisschen was hochladen, ich glaub, es läuft gleich noch ein bisschen was hoch, und dann, ja, wenn man grad besser geht, und dann, ich will es ja nicht halt nicht ausfallen lassen. Aber es bringt auch nix, äh, sich hinzusetzen, irgendwie so ein Resident Evil 4 zu spielen, jetzt ehrlich, da muss ich viel, muss ich halt Reflexe haben, und, hab ich nicht. Äh, Streams übrigens fallen aus, weiterhin, äh, da hab ich jetzt Lords of the Rings, äh, angemacht, äh, hier, 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 Gollum hab ich mir gekauft, das war ja das nächste Stream, die zwei Level, also fertig, und dann Gollum. Ja, gut, Leute, ich danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hat's gefallen, und ich bin jetzt, äh, auf, aus, ich bin jetzt off, und ja, ja, ich glaube nicht, dass ich bis zum 16 nix bringe, aber ihr wisst Bescheid, wenn mal was ausfällt. Sehr gefällt die Unterstützung, und, äh, auf schnelle Genesung für mich, und falls ihr, falls einer von euch auch krank ist, ich wünsche dir auch eine gute Besserung, und, ja, ich hab wieder Bock, warte zu zocken, ich hasse erkältet sein, tschüss. und, ja,